Miteinander Tag für Tag, meine Klasse ist der Start. Geh, komm, Schule ist hoff. Lernen, lachen, solle Sachen machen. Geh, komm, Schule ist hoff. Am 6. Juni fand von 15 bis 19 Uhr das Schulfest der Grundschule Neuendorf statt. Auf die Kinder warteten eine Jumi-Car-Strecke, die Möglichkeit zum Bogenschießen und Glasblasen. Weiterhin standen Angebote der Feuerwehr Neuendorf, Keramik, Gipsmalerei, Kinderschminken, Schach und Tischtennis auf dem Programm.